Kleine Seemannsknotenkunde Um Seemannsknoten üben zu können, benötigen wir zwei Stück Leinen. Eine etwas dünnere Leine und eine etwas dickere. Am Anfang reicht uns eine Leine. Wir nehmen hier die etwas dickere. Ein kurzes Stück Leine nennt sich ein Ende. Wobei das letzte Stück des Endes der Tampen ist. Ein Ende hat also immer zwei Tampen. Leg ich mir das Stück Leine so hin, dann haben wir eine Bucht. Mache ich eine Schlaufe daraus, ergibt sich ein Auge. Seemannsknoten haben drei verschiedene Eigenschaften. Ein Seemannsknoten muss leicht zu stecken sein, er muss unter Zug sicher halten und im entlasteten Zustand leicht zu lösen sein. Ein Seemannsknoten muss leicht zu lösen sein, Das ist eine Schlaufe des Endes der Tampen.